Und unsere Kollegin Christine Joachim ist uns in Warschau zugeschaltet. Frau Joachim, wie stehen die Bürgerinnen und Bürger Polens zu dem anstehenden, wahrscheinlichen Regierungswechsel? Ja, das ist ganz interessant. Es gibt eine aktuelle Umfrage. Da geht es um die Erwartungen der Bevölkerung an Donald Tusk als neuen Regierungschef. Und das Ergebnis ist so, dass nur knapp über 30 Prozent erwarten, dass er ein guter bis sehr guter Regierungschef sein wird. Über 40 Prozent hingegen erwarten, dass er ein schlechter bis sehr schlechter Regierungschef sein wird. Und nur ungefähr um die 10 Prozent halten ihn für einen durchschnittlichen Regierungschef. Also das zeigt ganz deutlich, die negativen Erwartungen oder der Anteil der Menschen mit negativen Erwartungen an Donald Tusk ist deutlich höher als der mit positiven. Der übertrifft auch noch die Peace-Wählerschaft, also den Anteil der Peace-Wählerschaft. Jetzt kann man sich fragen, wie kann das sein? Denn es hat ja durchaus eine Mehrheit für dieses Bündnis oder es ist die zweitstärkste Kraft geworden, die K.O., die Partei von Donald Tusk. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Donald Tusk keine unbekannte Person hier im Warschauer Politikleben ist. Er hat ja bereits einmal regiert in der Zeit von 2007 bis 2014 und hat da nicht das beste Bild abgegeben. Viele hielten seine Politik für extrem neoliberal. Er habe die kleinen Leute vergessen. Es gab eine Abhöraffäre in seiner Zeit. Er ist dann ja auch nach Brüssel gegangen. Viele haben ihm das übel genommen, haben gesagt, er haut jetzt ab. Er ist eine Art Feigling, ein Verräter. Und das schwingt sicherlich immer noch mit. Also Donald Tusk sieht das so selber auch. Er hat gesagt, er will es besser machen. Dieses Mal er will Politik für die gesamte Bevölkerung machen. Also man wird ihm da sicherlich sehr genau jetzt auf die Hände schauen. Das scheint auf jeden Fall kein leichter Start dann zu werden für dieses neue Regierungsbündnis. Was würden Sie denn sagen, was steht bei Tusk ganz oben auf der Liste? Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger von ihm, was er vor allem sofort umsetzen müsste? Er wird sich sicherlich sehr schnell darum bemühen, die Rechtsstaatlichkeit wieder herzustellen im Land. Es gibt da schon diverse Beschlüsse in den Schubladen, die in den letzten Monaten und auch schon wahrscheinlich schon Jahren ausgearbeitet wurden, wie man das angehen kann. Die werden jetzt im Same mit der Mehrheit, die Tusk dann haben wird, verabschiedet werden. Wie genau das aussieht, da halt hält sich Tusk sehr bedeckt. Auch aus dem Grund, dass er eben nicht will, dass die PiS ihm da noch zwischenfuscht und diese Pläne vereiteln kann. Auch aus dem Grund natürlich, dass mit dieser Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit endlich auch die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds aus Brüssel freigegeben werden. Die werden dringend gebraucht hier im Land. Das ist eine Priorität. Und auch die Wiederherstellung der Objektivität oder der Unabhängigkeit der öffentlichen Medien. Die PiS hat ja in den letzten acht Jahren ihrer Regierungszeit gerade den Fernsehsender TVP zu einem reinen Propagandaorgan der Regierung umgebaut. Da will man schnell ran, weil Tusk durchaus der Meinung ist, dass das dazu auch geführt hat, dass die Bevölkerung so gespalten ist, wie sie es ist. Dadurch, dass eben in diesem Fernsehsender viel Hass, viel auch Unwahrheiten verbreitet wurden. Also da will man ganz schnell ran. Und vielleicht auch eine Maßnahme, die das schon mal zeigen soll, dass er eben diesen neoliberalen Weg nicht mehr einschlagen wird, weil wir die Gehälter der Lehrer um 30 Prozent erhöhen. Das ist durchaus wichtig hier, weil die sind sehr, sehr niedrig. Der noch amtierende Ministerpräsident hat heute Morgen eine Regierungserklärung gehalten. Dann warten wir jetzt auf die Vertrauensfrage. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen durch das Prozedere führen. Was erwarten wir da in den nächsten Stunden und auch Tagen? Eigentlich ist ja diese Vertrauensfrage die Abstimmung für 15 Uhr angekündigt gewesen. Jetzt sieht es so aus, als ob sich das noch mal verzögern wird. Auch hier scheint die PiS das noch zu verzögern, was sie jetzt schon in den letzten acht Wochen gemacht hat. Denn es gab die Möglichkeit, Fragen zu stellen, nachdem Matthias Morawiecki hier seine Regierungserklärung gehalten hat. Und es gab irgendwie 107 Fragen, die angemeldet wurden. Keine einzige von der neuen Koalition um Donatust. Das sind alles PiS-Abgeordnete, die nochmal eine Frage haben, was relativ, ja, was dahinter steckt, kann man sich denken. Wenn es dann doch endlich zu dieser Vertrauensabstimmung kommt, dann wird Matthias Morawiecki sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlieren. Das ist dann der Moment, wo der SAIM einen eigenen Kandidaten mit der Regierungsbildung beauftragen kann. Und das wird dann eben Donald Tusk sein, der eine Mehrheit im SAIM hat. Der wird morgen dann sein Regierungsprogramm im SAIM vorstellen und seine Regierungsmannschaft. Auch er muss dann nochmal durch eine Vertrauensabstimmung, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach gewinnen. Und Präsident Duda kann ihn dann am Mittwoch schon vereidigen, sodass er Donnerstag schon zum EU-Gipfel nach Brüssel als polnischer Regierungschef reisen kann. Eine letzte Frage noch. Es gab heute Nachmittag die Eilmeldung, dass das Verfassungsgericht, das polnische Verfassungsgericht, die die Zahlungen des Europäischen Gerichtshofs für verfassungswidrig erklärt hat. Es geht ja um die Zwangsgelder, die von der EU Richtung Polen gegangen sind, verhängt worden sind. Dankeschön. Was bedeutet dieses Urteil? Was hat das so zu bedeuten? Heißt das, dass Polen sich weigert, das zu zahlen? Und was heißt das für die Zukunft? Ja, Polen weigert sich ja schon länger, diese Gelder zu zahlen. Und letztendlich ist dieses Urteil vom Verfassungsgericht deshalb auch inhaltlich nichts Neues. Denn es untermauert letztendlich nur nochmal die Position des polnischen Verfassungsgerichts, dass polnisches Recht über EU-Recht steht. Vor allem dann, wenn es negative Folgen für Polen hätte, das eben nicht so zu sehen. Es zeigt auch, dass der EuGH in Polen zumindest mit der letzten Regierung und mit diesem Verfassungsgericht keine Autorität genießt. Und dieses Verfassungsgericht hat damit auch ein deutliches Zeichen gesetzt, dass es seinen Kurs, diesen Konfrontationskurs mit der EU weiterführen wird. Und auch mit einer EU-freundlichen Regierung, Donald Tusk. Das wird es Donald Tusk nicht einfach machen, bestimmte Dinge durchzusetzen, bestimmte Gesetze auch zu erlassen, weil das Verfassungsgericht eben etwas ja mit sehr peacefreundlichen Richtern besetzt ist, so besetzt ist, wie es ist. Und die wird Donald Tusk auch erstmal nicht los, die Richterinnen und Richter. Also das dürfte für ihn ein schwieriger Fall werden. Christine Joachim aus Warschau, Dankeschön für die Einordnungen.